Was natürlich hier auch in Club Toana gibt, was wir euch nicht vorenthalten wollen, ist die Vitamin Bar. Tada! Tada! Hier gibt es wirklich alles an Säften, Milchshakes und und und. Die Karte steht da vorne, blende ich gleich auch ein. Auch die, nicht im All-Inclusive enthalten, müssen wir leider auch zahlen, aber es lohnt sich. Wir waren vor ein paar Tage hier und wir haben wirklich einen Frucht-Cocktail getrunken, also nicht Cocktail, Frucht-Sach-Juice, frisch gepresst vor Ort. Ihr kriegt auch hier Milchshake. Den hatte ich, Schokomilchshake. Wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Können wir echt nur empfehlen. Wie gesagt, ist leider nicht All-Inclusive, aber trotzdem, vielleicht geht man doch einmal am Tag, nicht einmal am Tag, aber vielleicht... Vielleicht kommt ihr einfach vorbei, sag's doch mal so. Genau. Kommt einfach mal vorbei, probiert ihn einfach mal. Er wird euch gut tun und gibt euch auch Power. Ja. Papa hat hier zwei Vitaminbomben genommen. Ja, seitdem haben wir ihn nicht mehr gesehen. Müsste jetzt in Afrika angekommen sein. Nein, Scherz beiseite. Papa, selbst mein Vater hat das Zeug hier richtig gut geschmeckt. Und die Preise sind wirklich in Ordnung. Also nicht übertrieben, keine Touristenabzocke, so wie wir gestern mit dem Eis, wo ich mich immer noch drüber ärgere. Vielleicht sollten wir das erklären, weil es kann sein, dass das Video einzeln läuft. Ach so. Nö, wir erklären das nicht. Guckt euch unsere Videos an. Ja, wir kommen gerade von der Hubble-Bubble-Bar. Hubli-Bubli heißt das. Hubli-Bubli. Hubli-Bubli. Ja, ist doch egal. Also ich glaube, wenn wir noch ein paar Cocktails mehr getrunken haben, können wir das aussprechen. Genau gegenüber von dieser Bar ist nämlich auch hier die Vitamin-Bar. Wie gesagt, den können sie euch echt nur ans Herz legen. Ist wirklich super. Und es ist nicht so dieses, hier gibt es auch Orangensaft an den anderen Bars, aber das ist das Zeug aus dem Automat. Hier wird es frisch gepresst und lecker. Zubereitet. Also von den Finkpreisen. Genau. Auch Smoothies. Genau. Das ist hier momentan der Trend. Was Gesundes. Smoothie wird hier auch frisch zubereitet. Einfach mal vorbeischauen. Einfach mal auf die Karte gucken und vielleicht ist was für euch dabei.